okay das klar scheint so eine art wo sind denn hier zwei wege gehen wir mal hier lang stirb in der graskäfer wiese a plus abgeschlossen rechner rechts krieg zum weg sammeln okay muss machen er langt wissen über wiese er langt das wissen das wissen über das wiese in den 1 besiegt bitte ein wiesel um wissen zu verdanken weil ich die stufe 5 steht jetzt die wiese oder ja wiese ja ich kann vollständig verstehen sie ist in der wiese lang da ihr könnt ihr jetzt ihre schwächen fangt weitere fangt weitere wiese wieder was fangt weitere wiese wieder solltet ihr wissen wie lange sie noch leben fangt ok also umso mehr wiesel ich töte umso mehr kann ich die verstehe ich die so zu sagen mit sicht ne ok so ist nicht richtig ist so schwer gegen die gegner zu haben dessen grenzen ihr nicht kennt wenn ihr wissen wollt wie viel gegner und wie geht aus müsste ihr das wissen über ihn erlangen über die Wieseln. Steffrigen Augen, sind gut dringend, fahrt für euch. Okay. Wusstet ihr jetzt das Wissen über Wiesel, oder was? Warte, ich hatte vorher schon Wissen über Wiesel gehabt. Schwarzstein, Waffe. Wir Fokus kriegen. Ich weiß gar nicht, wo ich das hinpacken soll. Dann ist es ein Werkzeug. Materne. Weckungswaffe. Perle. Vorurteilsperle suchen. Oh Gott. Lustig, was? Inventarvererweiterung? Jetzt habe ich irgendwas benutzt. Ich weiß nicht was. Ich glaube, ich habe es benutzt, wenn ich meinen Tiles erweitert, weil das ist vorher nicht so groß. Winn Wiesel. Seid ihr so laut? Wo bist du? Wo bist du? Hopp. Wir sind so unten alles. Ich glaube, ich habe es. Ich bin so die kurzen. Ich bin so einer. Und das geht. Was? Ich bin so dafür. Ich bin so der kurzen. Ja! Ich probiere es gerade mal ein bisschen rum, Leute. Nur, damit ihr Bescheid wisst. Oh, ich sammle hier gerade irgendwas. Yay. Aber ich wüsste mir halt ein Wildkraut. Interessant. Bist du ein Fuchs? Musst du den Fuchs töten? Ich habe deine Kampfzone betreten. Aha. Ja, elender Fuchs. Fuchs B. Okay. Alles klar. Wildkraut. Okay. Habe ich also hingekriegt, ja? Und das ist jetzt das Wissen hier? Talent-EP. Ja, ab und schnell. Seid ihr in Ordnung? Sagt bloß, ihr seid schon müde. Niemals. Glauben sie, dass wir schwach sind oder so? Die beobachten uns weiter. Wer sind denn die? Gefällt mir nicht, wie sie uns ansehen. Teilen wir ihnen eine Lektion. Mit den Wieseln und den Füchsen hier etwas aufwärmen. Siegt Wölfe. Pfff. 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 Alles klar. Bist du? Buttertruf. Der Käpt'n. Wieseln lang. Wolfshügel. Okay, wir können auf jeden Fall irgendwie... Wolf. Bist du schon Level? Ich bin schon Stufe 7. Wann ist das denn passiert? Okay, das scheint so die Kampfmethode zu sein. Das ist ein bisschen anders. Als auf jeden Fall mehr Action, mehr Action-belastiger. Wir klauen erstmal alles, was wir brauchen. Hier gibt mir das. Ich weiß nicht, ob ich es brauche. Hallo, kleines unheimliche Wesen. Ein bisschen hehehe. Noch stärker kämpfen. Ihr könnt gegen noch stärker kämpfen, oder? Ihr denkt... Dann nehmt ihr Auslusten der Kobolde, um euch stärker und sich schwächer zu machen. Wir wollen immer das Drecksarbeit für sie erledigen. Okay. Sie Kobold-Soldaten. Was war das? Gott, hier sind so viele Gimmicks. Huh. Hmm. 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 Okay, ist okay. Der Bildschirm wackelt, oder so witzig. Das meinten wir vorhin mit, ähm. Hehehe. Hey! Sind die nicht in Ordnung? Bleib gespannt, Junge. Dann gibt's sogar welche, die mich angreifen. Guck an. Schnell weg hier. So. So. Ich habe keine Hände, also weiß ich nicht, wie es sich anfällt, Dinge zu werfen. Ich habe keine Hände, also weiß ich nicht, wie es sich anfällt, Dinge zu werfen. Spielt. Was ist das? Ausschalten. Ja. Auf geht's. Mach sie fertig. Gut. Bumm, bumm, bumm. Guck mal, gib ihm. Guck mal, gib ihm. Stehst Stäbe, der Cobot-Hexer. Auf geht's. Ja. Talent erlernen wollen, irgendwas mit scharfen Krallen. Das war aber nicht richtig. Gehe durch wie durch... ...ein Messer wie durch Butter. Hallo. Gehe nur durch. Da ist immer drauf. Juhu. Juhu. Ja, das geht ja ab hier. Juhu. So. Irgendwann reicht. Wenn diese Scheiße hier rumliegt. Diese looten. Looten und geleveln. Schnell weg hier. Das sind mir viel zu viele Kobolde. Irgendwann haben wir den Scheiß liegen lassen. Irgendwann haben wir den Geld liegen gelassen. Ich kann schon mal springen. Uh. Oh. Okay. So. Ich bin in den Kampf vor und treten. Okay. Schwarzgeist. Zu schwach. Okay. Bin ich zu schwach. Heißt ihr Stahl... Warum heißen sie Stahlkowolde? Normale Kobolde? Fragezeichen. Warum nähert ihr euch nicht aus? Stahl. Yamaturi... 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 Tu nicht selbst. Ich habe euch lächeln sehen. Das ist lustig. Wir sind schon mittlerweile Stufe 10. Schau an. Mein Talent kann ja... Talent kann erlernt werden. Höhlenfeuer. Linker... 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 Yo. Geil. Läuft bei uns. Clown der Finsternis. S&L. Ja, sehe ich. Habe ich gesehen, Junge. Habe ich gesehen. Habe ich gesehen. PC... Und jetzt gucken wir uns ja nochmal alles an. Stahlkowold weiter. Kobold Plünderer. Kobold Hexer. Schließen. Dankeschön. Du wirst noch Bescheid. Könnten wir jetzt mal gerne den Talenten tanken. He... Stopp stopp stopp... Okay bekeh... Ganz ruhig. Inventar. Was ist das? Warum... Steht da... Dass ja doch auf rekam soll. Häh... Ich sie es auch. Jetzt... was soll ich damit? Ah ne... das ist, ach, das ist, ach, das kann ich anziehen. Ah, okay, okay. Was ist das? Miliz-Fokus-Reif. Ah, okay. Ah, jetzt hat es ein bisschen mehr Klamotten an. Ich verstehe, ich verstehe.